Hallo Beckung, mein Name ist Andreas Plautz, ich bin Graffiti-Künstler unter dem Künstlernamen SMO bekannt und das hier hinter mir ist mein neuestes Werk, was ich hier für Beckung machen durfte. Ich bin jetzt gerade unterwegs hier für Energieversorgung Beckung. Die haben mir insgesamt zehn Aufträge erteilt, also den Kasten, zwei weitere habe ich schon gemacht, einen im letzten Jahr und einen jetzt vor gut zwei, drei Wochen und die anderen Aufträge, die werden jetzt also quasi im Laufe des Jahres eingeplant und ich freue mich schon riesig ein bisschen was in Beckung an Farbe zu hinterlassen und ein bisschen dafür zu sorgen, dass es hier noch ein bisschen bunter und schöner ist.